Bevor das Video beginnt, wollte ich einfach noch gesagt haben, dass es jetzt Armbände als Merchandise gibt und es gibt ein mega geiles Ferien-Special-Angebot. Was ich auch noch sagen wollte, ist, da ja viele nachgefragt haben, hey, wann kommen denn neue Zahlungsmöglichkeiten hinzu? Und ich kann euch sagen, dass in den nächsten zwei Wochen, denke ich mal, sollte das circa sein, dass da auf jeden Fall neue Zahlungsmethoden hinzukommen. Ich hoffe auch irgendwie Passive Card. Auf jeden Fall, das Bundle ist limitiert, steht ja auch dran und es sind einfach mega geile Armbände. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Schaut beim Merchandise vorbei und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Was machst du hier? Du fliegst einfach in der Runde. Warte, du hast doch bestimmt Lust auf ein paar Dias. Du hackst. Ich hecke, ja. Du hackst, Baumblau. Das passiert mit Leuten, die in der Runde fliegen. Hey, hä? Halt's auf! Halt's auf! Komm, Maus. Geh mal zurück, geh mal zurück. Oh, pass auf, pass auf. Alter, Baumblau. Du bist ja so eine Maschine. Ja, ja, an sich schon, ja. Mein neuer Wahre-Team-Partner, Blau-Blau, wollte ich gerade sagen. Blau, blau. Ich nehme mir das Zufallskid, okay? Ah, risikoreich. Aber wenn man im Game-Mode ist, macht das ja eh nichts. Und was bekomme ich? Bestimmt ein richtig schlechtes Kit. Oh, schau dir mal ein Kit an. Du hast, oh, der Knüppel ist aber eigentlich gar nicht mal so schlecht. Damit kannst du ordentlich was reißen. Nee, der ist ja schlecht. Aber man muss auch sagen, Baumblau hat eigentlich ein ganz anderes Zufallskid in dieser Runde bekommen. Nämlich, das GOMMA-HD-OP-Kit hat er bekommen. Echt? Gibt's sowas? Ja. Ja, guck doch in den Chat. Du Operate. Ui. Du sprichst. Ey, ich muss dich bannen jetzt, ne? Au. Ich hab dich, was machst du hier? Du fliegst einfach in der Runde. Warte, du hast doch bestimmt Lust auf ein paar Dias. Du hackst. Ich hack, ja. Du hackst, Baumblau. Ich hab dich erwischt. Guck mal. Ey, Hacker. Au. Hacker. Ja, das ist echt mega gemein. Ja, genau. Schreib du, Hacker, als Team-Mate. Guck mal, warte mal. Ich will die Reaktion von dem einen hier sehen. Guck mal, guck mal. Warte, warte, warte. Er lieft, er lieft. Nee, warte, er sieht mich. Sieht er mich überhaupt? Schau dir ihn an. Guck mal, komm mal hier rüber. Warte. Ich bin gespannt, so. Hä, warum geht das nicht? Na ja, ähm. Schau ihn mal an. Kann er mich überhaupt zählen? Nee. Au. Er wird bestimmt jetzt gleich. Nein! Ja. Ja. Nein. Oh. Das passiert mit Leuten, die in der Runde fliegen. Ey, hä? Als ob. Als ob du was aus dem Spectator-Mode kannst. Nein. Tschüss. Das wusste ich gar nicht, dass man aus dem Spectator-Mode dann noch so ein wenig trollen kann. Mal diese Runde mal ohne fliegen nochmal. Eine normale. Dann hast du alles in deinem Video. Hast du eine normale Runde, fliegen und eine normale Runde. Was ist das? Du möchtest am liebsten nur Kacke bauen, ne? Nur die ganze Zeit. Ja, mit dir. Mit dir. Also, wenn man schon die Möglichkeit hat, mit dir zu spielen, könnte man ein bisschen Kacke bauen. Die hat man bestimmt nochmal, weißt du? Der Skin. Oh mein Gott. Was ist das für einer? Das ist ein Arsch? Ne, von hinten sah es so aus. Guck mal, von hinten. Guck mal, ich dachte jetzt so, das könnte ja irgendwie von vorne an so eine Arschbacke werden, aber nein. Das ist Steve. Das ist, das ist, aber ein ganz anderer Steve. So ein Alien-Steve vom anderen Planeten. Steve mit Glatze. Der Arme, der tut mir schon leid, so ein bisschen. Oh nein, nein. Ich hab Tank bekommen einfach, obwohl ich so voll Skate gewählt habe. Oh ja, geil. Weißt du, was man damit cooles machen kann? Du willst jetzt Kanonen bauen und alles. Ja, richtig. Man kann damit Kanonen bauen und kann damit... Oh Mann, ich wollte dich gerade... Oh Mann. Ah, dass du dich gerade gefehlt? Ich wollte dich anzünden. Nee, ich wollte dich anzünden. Du, mit deinen OP rechnen. Nein, nein, du. Ich hab mega Angst, dass du es nochmal machst. Du, das willst du nicht, ne? Sonst, sonst spielst du hier nie wieder. Sonst krieg ich meinen Rang entzogen. Hast du noch Holz für mich? Wie viel willst du denn? Weil... Das musst du dir verdienen. Hier, okay, warte. Da, bitteschön. Das ist so ein fairer Tausch. Jetzt kommen wir nicht mit, das ist unfair oder so. Das ist mega fair. Oh, da vorne. Da kämmenst du nicht welche. Guck mal, ich hab hier noch so neue Nike-Stiefel. So Easy Boost, 50 Millionen. Uiuiuiuiui. Mit denen kann man gar nicht mehr sterben, glaube ich. Nee, nee. Ich find's so cool, wie du dich baust. Warum? Mach du mal. Jetzt werd ich E.T.V. Ja, gut. Gib an, gib an. Ja, das auf jeden Fall. Du Schwitzer. Immer duschen. Nein, nein, das kann an sich. Also, so. Oh Gott. Das können an sich schon. Und, wie der? Der, ich auch. Pass auf, pass auf. Hier, ich kann das auch in die andere Richtung. Warum ist denn da drei auf der Insel? Das ist doch eine Zweierteamkarte. Geh mal zurück, geh mal zurück. Oh, pass auf, pass auf. Floll, alter Baumblau. Du bist ja so eine Maschine. Ja, ja, an sich schon, ja. Mein Neuheiten-Varo-Team-Partner Blau, 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 wollte ich gerade sagen. Blau, Blau. Baumblau. Ja, genau. Du räumst ja alles auf. Also, ich wollte mal nachfragen, so, könnte ich so auf dem Server, anstatt so eine Linie an den Namen, so einen Blauen bekommen, so. Nein, doch, vielleicht falsch. Echt? Ja, mal gucken. Ach, das ist ja mega cool. Waren hier gerade drei, oder habe ich mir das eingebildet? Bin ich jetzt schon so durch? Ich glaube, du bist so... Du hast nur Zweige. Ich habe Zweige, glaube ich, waren... Einen Kompass habe ich auch nicht, ist der unten wer? Ne. Ich habe einen Kompass. Ich auch. Also, ne, ich stelle, ich habe keinen, wie der... Okay, der nächste Spieler ist in der Mitte. Hm, wo gehen wir hin? Also, ich hätte eine schnelle Option, wie wir da hin könnten. Ja, mit meiner Bautechnik. Ne, eigentlich, eigentlich, eigentlich habe ich so an Fliegen gedacht. Das ist dann ja... Oh, oh, es hat gar nicht... Es war... Hast du das gesehen? Das war knapp. Ne, das war gar nicht so schlecht. Nochmal. Ich verabschwende meine ganzen Blöcke. Du musst dich so eigentlich hinstellen. Und dann so immer, immer rechtlich drauf bleiben. Nicht runterfliegen. Dini, komm, 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 komm. Das lassen wir. Das lassen wir. Ah, du ja. Mach du ja. Ja, ich habe keine Blöcke. Ja, gut. Ich habe nichts. Ja, ich habe auch nicht mehr viel mehr Blöcke. Die meisten Blöcke sind hier auf der Insel. Hier, falls du Langeweile bekommst. Okay, die hauen ab in der Mitte anscheinend. Okay, das ist gut. Da gibt es auch noch so eine Bautechnik, dass man sich so hoch baut. Warte, ich mache es lieber hier. Siehst du? Yo, das ist die Feuertechnik, ey. Unter dir fängt es mit Brennen an. Ja, ja. Ich hätte es so angezündet. Ich weiß nicht. Oh, da rechts, da rechts ist. Ein Holzweg ist natürlich risikoreich, ne? Jetzt sehen die Glacke halt schon aus. Oh, pass auf, pass auf. Da kommt einer mit Redstone rüber. Mit Spaß. Mit Redstone guckt ihr den ab. Komm doch rüber. Guck, er kann es auch. Oh, oh, oh. Der hat den Gommelmode gemacht. Nein. Das kommt davon. Wenn man so baut. Man wird schnell sterben. Warte, ich kann dich auch löschen. Komm her. Hier ist Wasser. Nee, nee, bin schon, bin schon. Bin befreit. So, Amy, schau mal, ob ich hier noch Glacke bekomme irgendwie. Oh, ein Stick. Ui, ist aber sehr gut. Nein. Hier, nimm den Trank. Gön ihn dir. Nein, hast du nicht gemacht. Hast du nicht gemacht. Das ist mein Tankverdienst. Ich als Tank bekomme den Trank. Du hast mir geschenkt. Aber das Geschenk war nicht so schön. Warum nicht? Das war ein leckerer Trank. Das schmeckte nach Currywoll. Nach Currywoll. Da kannst du hier so richtig schön die Runde gewinnen. Ach, Mensch. Was habe ich sehr... Wir gammeln hier rum. Wir müssen jetzt mal was machen. Sag mal, ich folge dir nur einfach. Das Witzige ist, dieser Steve hat bis jetzt immer noch überlebt. Weiß ich nicht. Lebt er noch? Ja, ja. Es leben ja auch noch zwei. Ja, der eine davon. Das ist nicht mein Team. Ja, es gewinnen wir. Erstmal Holz abbauen. So wie man es kennt. Ich kann mir auch einfach eine Axt bauen. Nicht dumm Kopf. Guck mal hier. Zack, sammle du das Holz ein. Mach ich alles nur für dich, weil du so ein guter Kollege bist. Echt? So toll? Ja, guck mal. Bam, bam, bam. Gönn dir. Liegt da alles. Er baut einfach einen Baum ab. GG. Oh Mann. Ach Mann, ich kann... Ja, ich kann auch nicht. Ja, mich im... Bei mir... Obwohl, warte, versuch mal. Oh, das geht doch. Oh. Ich job halt einfach Holzfretter. Warte, ich mach die Baume. Ne, so langsam bin ich nicht. Guck, mach mal. Weiter mit der Vergleich. Mach mal so weiter. So weiter. Warte, wir gehen... Stop, 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 stop. Beide nebeneinander. Okay, Autoplatze. Warte, fertig, los. Stell dich mal seitlich hin. Seitlich. Ich hab keine Blöcke mehr. Warte, warte. Nein. Hey, das hat doch geklappt. Guck, geht schneller, gell? Wir verschwinden sowas von unsere Blöcke. Egal. Wie bist du auf deinen Namen Baumblau gekommen? Willst du es wirklich wissen? Ja. Dann will ich aber auch wissen, wie du auf deinen gekommen bist. Ne, das ist streng geheim. Hab ich noch nie erzählt. Echt nicht? Ich schon, ich schon. Dann sag mal. Du musst so wissen, damals gab es halt eine Zeit, vielleicht, die kennst du bestimmt auch, oder da haben halt viele angefangen so mit, weil Baum sagen. Und dann habe ich gedacht so, hä, irgendwie musst du dir was da im Namen merken. Und dann habe ich halt geklappt so, hä, ja, Baum im Namen als Minecraft-Account geht irgendwie nicht. Dann dachte ich so, hm, was geht sonst irgendwie? Dann kam ich irgendwie auf meine Lieblingsfarbe und dann hat es irgendwie so gepasst. Ist zwar dumm. Ach, blau ist auch deine Lieblingsfarbe? Ja, ja. Stimmt, wenn man auf deinen Kanal geht, alles blau macht Sinn, ja. Okay, okay. Ja, Weilbaum. Weilbaum ist eigentlich die Begründung. Das ist die Hauptbegründung für deinen Namen. Weilbaum. Ist das auch irgendwo dein Kanalspruch? Hast du das irgendwo eingebaut? Nee, nee, nee. Ach. Damit keiner abgeschreckt ist, wenn er auf den Kanal kommt. Weilbaum. Zu den Kanalbeschreibungen. Weilbaum. Schnell weg hier. Komm, was die hier machen, die machen auch so einen kleinen Kaffeekranz da hinten. Ah, ja. Wo soll ich hin? In die Mitte? Ja, ja, das wäre am sinnvollsten, glaube ich. Einer ist tot. Okay. Nur noch der Full-Dia-Typ lebt. Na, den sollten wir killen. Oh, bau dich, 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 bau dich. Oh, ich habe mein Schwert gar nicht. Okay, jetzt, jetzt, stopp, wir sind schon da. Wir sind schon da. Oh, komm, Emot. Oh, oh, er boxt mich weg. Warte, Achtung. Geh mal zurück, geh mal zurück, ich zünd ihn an. Ich zünd ihn an. Ja, der hat noch vier Herz. Schau, das ist... Wieso zündest du ihn an? Nein! Mann! Scheiße, sage ich da nur. Wie das da liegt? Nimmt er uns auseinander. Mit seinem... Wegen den Lebenstränken. Ja, ja, und der Rüstung, halt. Der scheint locker. Locker, Alter. Mit rechts. Oh, Mann. Ja, Mann, ja, Mann. Dicker Bizeps. Ach, konnte ich nicht mehr schreiben. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit dem lieben Gomme. Schaut auf jeden Fall gerne bei dem Gomme vorbei, für die, die noch nicht kennen. Spaß kennt ihr jeder. Oh, Gomme? Hat es dir überhaupt gefallen? Ja, hat mega viel Spaß gemacht heute. Also, war mir ein Vergnügen. Wenn du irgendwann mal eine Revanche möchtest, kannst du die gerne haben, aber dafür musst du wohl noch ein wenig üben. Nö! Ich darf üben? Ja. Okay, dann... Guck dir mal an, wie ich Brücken baue. So, und dann, wenn du das beherrschst, wie Gomme, dann kriegst du auch deine Revanche. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall gerne die Posewertung da, wenn es euch gefallen hat, mit dem lieben Gomme hier so ein bisschen Skyworth und dann haut rein. Euertym. Bis dann. Hast du noch was zu sagen? Ja genau, tschö mit Ö Tschö mit Ö Tschö mit Ö